Ja, genau. Also du solltest dich nicht vermummt auf dem Marktplatz zeigen. Oh, ich hab ja die MX. Wenn der Kopf mir scheiße kommt, dann schieß ich ihn tot. So. Opa Willi ist OP. Opa Willi hat ne Waffe. Was? Der Polizist? Oh, 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 oh. Da geht's los. Geht mir drum geballert. Oh, oh, oh. Oh Gott. Äh. Äh, ich versteck mich. Ich bin gar nicht da. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich steh hier immer noch, äh, in dem Graben, wo du verreckt bist. Ja, ich komm mal. Äh. Äh, ich geh mal direkt zur Garage. Alter, ist der Taxifahrer verrückt. Der hat mich fast so überfahren. Oh, hier hat grad einer seinen Zomag ausgepackt. Soll ich dir mal überfallen? Na, darfst du wahrscheinlich. Boah, da wer schießt da. Hallo. Hallo. Du musst schießen. Nee, das war hier und jetzt einer da hinten. Die, die müssten am Schießen sein. Keine Fahrzeuge in der Garage gefunden. Oh. Oh, oh. Wieso? Weil ich ein armer Mann bin. Ja, hallihallo. Warum helfe ich Ihnen? Der Bratwurstwerfer ist auch online. Alles klar, wenn Sie schon so ein großer Kopf sind. Ah, ich bin schon Wurstwerfer. Glaube ich bin, glaube ich bin. Äh. Äh. Oh nein. Oh, jetzt werde ich fast gestorben. Oh, nun fast. Äh. Pass auf, der Cop ist gleich da an der Brücke. Oh, ernsthaft? Oh Gott. Auch einen guten Morgen. Warte, da hinten bist du. Ich sehe dich. Äh. Oh, oh. Oh, du bist da gerade im Graben, ne? Ja. Oh, der Cop kommt hier auch lang, oder? Oh nein. Der Cop ist da hinten, oder? Ja, hier ist aber... Oh, 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 oh. Seid ihr das? Ich hoffe, ihr seid das. Wir sind hier im Graben. Ihr seid hier im Graben? Dann hat jemand... Ne, dann hat jemand einfach denselben Wagen. Okay. Ja, ja, das ist der Andreas, der mit dem Tanker da war. Der hat sich den... hat den gleich im Wagen. Hallo. Hallo. Der Cop kommt jetzt da hin. Achtung. Äh. Oh. Bitte bleib ich mal hier. Oh, der kommt hierher, ne? Ja, ja. Oh Gott. Okay, ich soll mir mal Marihuana anzünden hier auf dem Marktplatz. Mach ich das mal. Oh nein, jetzt kriegen wir das Standbild. Hallo. Er geht schon wieder weg. Was steht? Wer hat hier geschossen vorhin? Ich zünd mir einen an, während ich warte. Musst du auch singen. Ich rauch mein Göncher den ganzen Tag. Wo bist du jetzt? Ha? Ich stehe hier noch. Kann ich jetzt? Nein, nein, warte noch. Da ist noch der Kopf. Okay. Oh, die MXSW, alter. Die ist so geil, die Waffe. Ah, da ist er. Ich finds, oh nein. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, ich steh nichts mehr. Alter. Hier, Waffe. Ah, da ist er. Es ist alles so farbenfrooooooooh! Wo ist der Kopf, Alter? Die MXU... Ja, wo der Kopf ist. Also, U. Keine Ahnung. Ich glaub, der ist weg. So, was machen wir denn jetzt? Wecker. Jetzt bin ich schon super equipped. Find ich cool. Ne, du musst hier, hier musst du hoch, hier musst du hoch. Aber ein kurzes Stand hier. Zweimal v und bis oben. Ja, das ist kacke, dass keine weiblichen Chars drin sind. Habe ich auch gerade noch vor einer Viertelstunde noch mal kurz erwähnt, weil mich letztens noch irritiert war, dass keine weiblichen... Ja, sehr schönes Auto als Passagier. Ja. Soll ich jetzt irgendwo hinkommen zu euch oder so? Nö, wir kommen zu dir. Okay. Oder, äh... Ja, wir müssen jetzt... Ja, du kannst schon mal vorfahren. Äh... Zur Kohlemine. Kohle... Kohle... Ich fang schon wieder an zu... Äh... Schlüssel suchen, Schlüssel suchen habe ich nicht. Äh... Wir haben... Olaf, wir haben einen Freeze. Was haben wir? Einen Freeze. Ich steh bei dir noch an der Garage. Okay, Moment. Wau mal. Ja, ne, jetzt... Äh... Jetzt bin ich da. Wo wir gerade sind. Äh... Gibt's da eine A3-Mine? Was bringt eigentlich dieser Premium KFZ-Handel? Weißt du das? Ja, super teure Autos. Ja, ja, aber was macht das für'n Sinn? Die sehen, glaub ich, anders optisch anders aus. Das war's dann aber auch, oder was? Und was soll denn Sinn anders sein? Ich kauf mir doch nicht einen Offroler für zweieinhalb Millionen. Ja, das... Echt, Alter, die haben doch einen Offroler für zweieinhalb Millionen. Ich weiß. Die gleiche PS und alles, Alter. Warum? Ich weiß, ich hab den Sinn noch nicht ganz... Ja, weil du nicht mehr weißt, wohin mit deinem Geld. Jetzt mal ganz ehrlich, in der Realität, kaufst du dir den Rolex? Die kann auch nix anderes, wie ne... Wie ne, äh... Ja... Aber... Ich weiß nicht. Weißt du, ich... Wenn ich, äh, eine Million für ein Auto ausgebe, in echt, äh, fährt das auch 3,400 km h. Michael Jackson fand's auch irgendwann langweilig, nach Phantasialand zu gehen und hat sich lieber selbst sein eigenes Ding gebaut. Guck mal, der hat seinen Orca da immer noch stehen. So, wir haben eine Kohlemine. Kohle war richtig, ja? Ihr wolltet Kohle abbauen oder Stahlwerk? Ja, wir... Ja, wir müssen zur Kohle... Wir müssen zur Kohlemine. Von der Kohlemine aus fahren wir zur Eisenmine. Äh... Von der Eisenmine aus zum Stahlwerk und vom Stahlwerk dann zum Bauhof. Ja, nee, ist klar. Ähm... Also... Kohlemine. Okay. Versteck dich mal mit dem Auto. Ich komm gleich. Okay. Kohlemine. Weil du brauchst für 5, äh, Stahlträger brauchst du 5 Eisen und 3 Kohle. Da ist die Kupfermine, wo ist denn die Kohlemine? Versteck mich. So... Mich sieht gar keiner. So... Hab mich versteckt. Saftladen. Ja, schön. Ah, die Kohlemine. Soll ich mich verstecken oder soll ich schon mal vorfahren oder wie? Nein, warte. Wir fahren dann zusammen. Ich hol noch einen Schaden, einen Rucksack und, ähm... Der Hammer. Ein Hammer. Wieso, der Hammer? Äh... Ich versteck mich. Wo verstecke ich mich mal? Ja. Da am Spielplatz? Nein. 4 Kilometer in Tee. Oh ne, da... Oh Gott, da steht... Oh, da ist der Polizist. Oh Gott. Der eine? Ja, der steht genau hier. Und ich bin voll böse bewaffnet. Ja, aber du bist der alte Mann. Du musst dann... Ich weiß gar nicht, wie die Waffe in meine Hand gekommen ist. Nee. Ich hab Beweise, dass er Marihuana hat. Das weiß er schon. Ja, ja, ja. Aber wenn ich das im Vorstand melde, dann... ist er so ein Job los. Ja, super. Erpresst einen Polizisten, der noch grad freundlich zu einem... Das ist hilfreich. Das ist... Ich steh jetzt am Marktwatz. Ah, gut. Ich nicht. Ich fahr grad vorbei. Ich hör dich, glaub ich piepen. Ja, da hinten bist du grade. Du stehst auf einer Seite, ne? Ja, genau. Oh, verdammt. Oh Gott. Die holen dich jetzt. Ja, aber... Komm, ich hole ihn! Warte mal zurück an, wenn ich... Nicht, dass ich dich da sehen kann. Da fängts schon an Lkw fahren, ja. Äh, die... Wir hatten heute versucht, Drogen zu schmuggeln. Hat da nicht funktioniert, weil der Server resettet hat genau um 8 Uhr morgens. Die Drogen. Was? Okay, ich kenne raus. Ich bin immer nicht so viel auf den alten Augen. Ich hab hier zwei Mafiosis, die, äh, die mich dann heute morgen... Also erstmal hat, äh, äh, ja, äh, einer mich, äh, sozusagen mitgenommen auf, äh, eine, äh, einen Ausflug mitten ins Cannabis-Feld und hat es erst mal getarnt als... Wie er... Wie hast du es genannt? Äh... Bambusblätter. Bambusblätter, genau. Bambusblätter. Bambusblätter. Ich dachte, das wäre Marihuana. Eine merkwürdige Form. Wo, wo fährst du dann? Ja, ich merk schon, dass es irgendwie nur hier um den Berg rum geht. Dich meine ich ja gar nicht. Ähm, Moment mal, wo... Ach, willst du noch zum LKW, willst du dir noch einen Laster kaufen? Ja, ja. Noch einen LKW? Du musst ja Geld haben. Ich hab da genug lange gespielt auf dem Server hier. Wie viel Kohle hast denn du? Äh, jetzt hab ich noch 8 Mille oder so. What? Okay, jetzt mal gucken, was hier so ein LKW kostet. Meine Güte, hallo, ich fahr zwar... LKW-Handel. Kostet mir so ein Hemet. 2,4 Millionen, ey. What? Er kauft sich erst natürlich noch einen. Man kann gar nicht falsch fahren. Im Grunde führt nichts anderes dahin. Was ist Kohlenmine überhaupt? Ähm, du fährst bei der Kupfermine vorbei und dann da den Weg von Kavala fährst du nur den Offroadweg da die ganze Zeit runter. Oh, okay. Oh. Ja, hallo. Mal kurz zur Schilderung. Ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte, ähm, als wir uns durch eine Landschaft bewegt haben, äh, sich Zeichen gesetzt, ja, ich merk mir den Weg. Fahr ruhig weiter. So, als ob ihr dann wieder im... Sag mal, wir sind doch hier gerade schon gewesen. Ne, 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 hier waren wir nicht. Wobei er weiß das. Ähm, ich hab mir das rote Auto gemerkt, was da geparkt hatte. Ja, aber Autos bewegen sich. Irgendwann. Das ist... Ab und zu mal. Das ist schlecht, weil man sich... Kirchturm, das kann man sich merken, oder so. Mit dann. Das ist... Der läuft nicht weg, ne? Ja. Das... Das war mal ne krasse Geschichte. Da fährst du die ganze Zeit so durch ne Stadt, die du nicht kennst. Hast... Damals hatte ich noch kein Navi. Und dann... Nee, nee, ich... Ich merk mir das schon. Fahr mal weiter. Und jetzt blick mal rechts ab. Blick mal links ab. Blick mal links ab. Ne, hier waren wir noch nicht. Woher weißt du das? Mir kommt das sehr bekannt vor. Hier stand ein rot... Also wenn, dann hätte hier ein rotes Auto stehen müssen. Mhm. So. Will denn mal einer kurz ausrechnen? Wie gesagt, wir brauchen 5... 5... Äh, Eisen und 3 Kohle für 5 Barren. Dann können wir nämlich ausrechnen, wie viel wir brauchen. Wenn wir einen hiermit komplett voll nur mit Eisen machen. Mhm. Nur mit Eisen. Ähm, hier müssen wir jetzt rechts. Und dann nur gerade aus dem Weg runter. Die Hauptstraße meinst du, ne? Ähm... Ne, ja... Ich mein jetzt hier grad den... Wir fahren jetzt hier den Weg nur runter, dann sind wir ja gleich bei... Bei der Kohlemine. Ja, das ist, äh... Ja, das ist, äh... Ja, das ist, äh... Auf dem Server hier. Also... Mal auf dem offiziellen Teamspeak von dem... Richtig. Ja. Die IP findet ihr, wenn ihr auf der Internetseite, auf dem Forum klickt und oben in der... äh... In der Navigationsleiste von dem Forum, dort, ähm, ist die IP. Ja. Halten wir gerade an, ja, ne? Ja, ja. Okay. Kurz mal schauen. Kupfermine und dann nur noch den... Uh! Oh! Eigentlich hätte ich jetzt den Schotter... Die Rentner! Oh, wie geil! Fuckin... Einmal zurück. Cool. Da müssen wir auch mit Falke einladen, wissen wir auch immer wo wir sind. Ja, hab ich auch schon. Ich fahr jetzt den... den Sandweg entlang und dann ist... ist das ja eigentlich auch schon der richtige Weg. Mhm. Hast du Einladung willkommen, Falke? Einladung? Ja. Ja. Kann man jetzt... Mit Gangeinladung. Die müsstest du aufploppen. Also die müsstest du einfach auf dem Bildschirm gekriegt haben. Nee, aber ich bin schon in einer drin. In welcher? Ach ja, da ist in einer drin. Also... In welcher Gang bist du denn? Funfreaks! Wir sind zu dritt. Ach so. Das heißt, du bist auch der Gangleader, wa? Äh... Der Gaskas ist der Gangleader. Ach so. Ja, ja. Weil er... Weil er das Geld hatte zu dem Zeitpunkt. Ich so, okay. Weil... Sonst hätte ich gesagt, wegen Gruppe so. Weißt du, damit wir alle wissen, wo wir sind gerade. Aber okay. Ja. Dann bleiben die Rentner halt unter sich. Die beste Gang ever. Jawoll. Auf Zero... Auf Zero-One meine Gang ist auch super. Die heißt die Prinzessin. Aber es ist die verrufenste Gang überhaupt. Er hat da jeden Tag ein Bankraub am Start. Da weiß man direkt schon, was einen erwartet. Ja, die Prinzessin sind böse auf dem Server. Ja, auf unserem Server, wo ich jetzt aktiv spiele, da heißen wir das Zwergenkartell. Oha. Und deswegen auch das Z-Kameraformen haben, Leute. Ja. Ähm. Es... Hier ist ja nichts. Dann machen wir jetzt den von Falke, machen wir jetzt hier voll mit Kohle. Und den, wo Olaf und ich jetzt gerade drinsitzen, den machen wir voll mit Eisen. Guck mal, wir sind zu... Falke, wo bist du so lange gefahren? Sag mal. Jetzt sind wir doch gleich da. Ja. Ja, wir haben aber schon einen Zwischenstopp eingelegt, haben noch einen LKW gekauft und wir sind schon da. Psst. Leise. Ich bin einfach die Straße entlang gefahren. Jetzt scheint er nicht. Ja, doch. Aber geil ist, wenn du hier die Waffe holst, dann ist die ganz weg.